Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einem Let's Play von Champions of Recknum. Ja, ich habe ein bisschen gelevelt, jetzt bin ich Level 19. Und ein bisschen gequestet, damit es ein bisschen vorwärts geht. Und ja, wir werden heute hoffentlich Level 20 erreichen. Ja, wir werden mal schauen. Ich glaube kein Formalwissen zum Schützen, besser zu werden. Befrettet. Hallihallo. Okay. Was war das? Was wahrscheinlich nicht ein Zaubergeruss. Ähm, wir müssen hier rund in... noch Bierkassen, wir auch. Hier müssen wir einen jungen Leibike natürlich. Was mir heute so sauer aufgestossen ist. Und ich warne euch davon, macht es nicht. Es gibt... so... also ich wollte die Rahmenleistung erhöhen. Damit ich neben dem Hochladen, dem Speichern und dem Spielen noch etwas anders machen kann. Und habe ein kostenloses Programm runtergeladen. Und als ich das runtergeladen habe, ist einfach mal Installation angegangen, alles gemacht. Und dann hat mein Antivirus geklingelt. Alarm, Alarm, Alarm. Habe ich zwei Art Viren drauf. Und musste ein Programm installieren, das ich gar nicht wollte. So ein... äh... Registry Cleaner Programm. Okay, ich habe es signaliert. Habe es mal kurz installiert. Und was muss man? Man muss ein Programm kaufen, um das richtige Programm zu bekommen. Also so etwas Freches. Und das ist nur, damit die Werbung machen können. Also man wird von hinten bis vorne verarscht. Also erstmal zwei Art Viren. Dann ein Programm, das man gar nicht will. Und dann muss man das Programm noch kaufen, um das Freeware Programm zu kaufen. Was geht denn ab? Was ist denn das? Heutzutage werden die Leute einfach wie dreister. Wollen immer, immer nur Geld von Werbung machen. Aber im Gesamtpaket bringen, Werbung machen überhaupt nichts. Man muss es halt irgendwie unter den Mann bringen. Wenn man alles über teuer verkauft. Ist doch klar, dass es niemand kauft. Weil Menschen haben ja auch nicht viel Geld. Und wegen dieses Ding. Gleiches beim Ding. Bei den Entwickler halt auch so. Aber dann macht man etwas Tolles. Etwas Schönes. Oder bringt es irgendwie anders unter den Mann. Als irgendwie so tausend Werbung zu machen. Das noch böse ist. Und den Computer verseucht. Und ja. Etwas grässiges. Und ich mach es nie mehr. Also ich. Wenn ich denke, da kaufe ich irgendwas. Im Mediamarkt oder so. Online werde ich nichts mehr runterladen. Was so viel Versprechen heißt. Und so. Sehr wenig Versprechen. Also X2 drauf. Der ist super. Ram Booster. Yes. Halt die Push-To-Motion. Nein nein. So, das werde ich nie mehr machen. Da habt ihr es mit der Werbung. Ihr verdient genau das Gegenteil. Und das habt ihr jetzt erreicht. Der. Der. Schlau genug ist. Der kann es auch. Im Kopf kriegen und solche Sachen. Nicht runterladen. Kostenlos. Nur wo. Sind alle kostenpflichtig. Jeder will. Geld verdienen. Ja toll. Zurück. Ja. Die verkacken. Wieder mal richtig. Fett. Wow. Sie haben es eingenommen. Aber sie haben auch cool. Beide. Schlecht. Aber sie haben keine Relikte mehr. Oh je. Da unten ist noch eins. Ist nicht gerade eh gut. Es läuft nicht gut. Wir müssen mal helfen. Wir müssen. Hoffentlich. Wir müssen. Sehr viel erreichen. Von Lucian muss ich auch noch etwas. Oh. Okay. Zuerst gehen wir nach Kelet. Ja. Kelet BK. Kelet ist das hier. Ja. Heute drei Weihnachtsbamme gefunden. Immer nur Gold drin. Aber dafür habe ich zehn Magnanitas zwei Steine bekommen. Gleich nicht nacheinander. Zum Beispiel jetzt habe ich einen bekommen. Aber zehn. Also zwei mal fünf hintereinander. Das ist schon ein Chatbot. Es gibt sogar noch zehn. Aber das ist so selten. Das habe ich erst einmal geschafft. Jetzt habe ich so Lack bis zum Redmond. Komisches Teil. Redmond braucht mehr A-Anforderungen als keinem mit Grafikmutz. So genau. So Delle. Wahrscheinlich haben sie auch deswegen so wenig Spiele. Okay. Jetzt gehen wir wieder zurück nach Magna. Was? Ja. Ja. Ich habe sie noch nicht im Kopf. Ich kann es einfach nicht merken. Wieso gibt es nicht normale Namen? Jeder merken kann. Auch ich. Als. Wie sagt man denen, die nichts merken können? Aber bei mir ist es einfach so. Ich merke mir sonst alles. Und dann habe ich nichts mehr im Kopf für richtige Sachen. Und dann nochmals Gold. Dittas Kiste. Ah, das ist ein Questa. Das dachte ich schon. Ich habe von Weihnachtsglauben Dittas Kiste bekommen. Ah, wir müssen hier noch Lucien töten. Genau. Ich hoffe, so ist es besser mit dem Mikrofon. Ich habe das letzte Mal das Mikrofon vor der Schnauze gehabt. Und sollte es eigentlich neben der Schnauze haben. In der Fresse. Noch einen. Okay. Ich habe ein paar angegriffen weiter unten. Die habe ich. Ja, da hatte ich keine mehr. Da habe ich die Fresse nicht fertig gemacht. Also kein Problem wieder. Hier hinzureiten. Hier hinzureiten. Und abzusetzen. Okay. Das haben wir auch. Oh, bitte. Der darf heulen. Das ist genauso wie manchmal hier im Schatz. Also alles ist schon echt blöd manchmal. Nur am rumheilen. Oh, fünf Sürden greifen an. Ich kann nicht. Ich sterbe immer. Nein. Sagt doch wo ihr seid. Und es kommt Hilfe. Aber nein. Wir müssen nicht mehr auf Wiedererleben klicken. Sobald sie tot sind. Und dann haben sie abgeschossen. Tja. Sehr schön. So. Irgendwo ist noch eine Quest da. Ah nein. Jetzt noch hier ins Gewalt. Ja. 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 Ich muss hier den Aufen genug sein. Ich muss hier den Aufen genug sein. Dann müssen wir hier auswanderen. Okay. Ich weiß es gut. Okay. Die Hälfte haben wir bald schon. Ja. Kurze Unterbrechung mit meiner Schwester. Aber jetzt ist wieder gut. Und. Und. Ähm. Wann kommen nämlich eigentlich die Quests hier? Auf 1. Level haben die. Und da haben wir die schon gemacht. Scheinbar haben wir die schon gemacht. Ja. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Na so. Es ist mir gar nicht aufgefallen. Nein. Eine können wir annehmen. Haben wir noch eine Quest zum Annehmen? Ich kann mir noch... Ok. Ich muss das mal. Was ist das? So, das ist da. Ah, es ist reich geanguliert. Das ist besser. Schieße ist doch besser. Ich bin ein Pferd und bin zu fett. Tralalala, das Wetterpferd kann ich durch. So, jetzt müssen wir hier noch ein Pferd, damit das was in dieses Meer gesaufen ist. Malo. Noch mal. Immer die gleichen Bögen. So. 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 So.